Hallo und herzlich Willkommen zum HCI 10-jährigen Jubiläumsgottesdienst. Bei uns im HCI ist es auch die Regel, dass wir uns gegenseitig begrüßen. So schaut euch mal bitte eure Nachbarn an und begrüßt sie. Normalerweise würde ich sagen... Normalerweise würde ich sagen, grüßt sie mit den Worten Gott segne sie euch und schön, dass du da bist. Aber ich möchte es noch einmal machen und dass ihr ein bisschen persönlicher werdet. Dass ihr euch so 30 Sekunden Zeit nehmt und euch mal wirklich die Frage oder ihnen die Frage stellt. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Schön, dass du heute neben mir sitzt. Vielen Dank dafür. So möchte ich euch jetzt kurz Zeit geben, euch gegenseitig kennenzulernen. So, vielen Dank. Wir wollen nun zur heutigen Bibelstelle kommen. Die heutige Bibelstelle ist Kolosser Kapitel 2, Vers 7. Und ich möchte euch diese Stelle einmal vorlesen. Und ich habe auch Vers 6 mit reingebracht. Lasst mich es euch einmal vorlesen. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt in ihm und seid in ihm verwurzelt und erbaut und fest im Glauben, wie ihr gelehrt wurdet. Und seid darin reichlich dankbar. Ich habe den Vers 6 mit reingenommen, weil dort nochmal der Rahmen für unsere heutige Bibelstelle klar wird, in Christus verwurzelt zu sein, unseren Glauben zu erbauen und dass wir in ihm reichlich dankbar sein dürfen. Bezüglich der heutigen Bibelstelle hatte ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Welche Bibelstelle wähle ich? Doch als ich für den HCI gebetet hatte und auch für die Hambit-Gemeinde gebetet hatte, achtete ich diese Woche nochmal bewusster darauf. Gott, welches Bild möchtest du mir zeigen? Welches Herz schenkst du mir? Was spüre ich tief in meinem Herzen? Gott, was willst du mir sagen? Und diese Predigstelle heute hatte mich nochmal zutiefst ergriffen. Und seid in ihm verwurzelt und erbaut und fest im Glauben, wie ihr gelehrt wurdet und seid darin reichlich dankbar. Vor zehn Jahren entstand der HCI mit der zweiten Generation ganz klar im Blick. Und wenn wir nun zurückblicken, entscheidet uns die heutige Bibelstelle als sehr passend. Wie ihr nun den Herrn Christus angenommen habt, lebt in ihm. Seid in ihm verwurzelt und erbaut und fest im Glauben. Und seid darin reichlich dankbar. Und so möchte ich jetzt auch zum ersten Punkt kommen. Am Anfang unserer Bibelstelle steht, seid in ihm verwurzelt. In der Bibel kommt dieses Motiv häufig vor, dass unser Leben, vor allem auch unser geistliches Leben, wie der Wachstum eines Baumes ist. Und es gibt etwas, was die Pflanzen und Bäume zum Wachsen bringt. Jede Pflanze und jeder Baum hat einen Stamm und einen Wurzel, einen unteren Teil. Es gibt einen Teil, der in den Boden ragt und einen Teil, der außerhalb des Boden geht. Die Nährstoffe werden durch Wasser, durch die Wurzel aufgenommen, werden durch den Stamm nochmal gefiltert. Und das, was gefiltert wurde, hilft, dass der Baum wächst und gedeiht. Und alles andere, was man nicht braucht, schickt der Baum wieder nach unten. Das heißt, nachdem eine Pflanze oder ein Baum Nährstoffe aufgenommen hat, entscheidet die Pflanze, bringe ich es zum Wachsen oder wenn es nicht hilft, schicke ich alles wieder nach unten. Und diesen Gedanken möchte ich auch heute auf unser Leben übertragen. Unser Leben ist wie solch ein Baum. Das, was wir im Leben bekommen, bringt uns dazu, entweder dass wir dadurch wachsen oder dass es uns einfach wieder herunterzieht. Und ich denke genauso, wie es verschiedene große Bäume gibt, obwohl sie den gleichen Boden haben, die gleichen Voraussetzungen, fast nebeneinander sind, kommt es oft vor, dass ein Baum deutlich kleiner ist als der andere. Und man fragt sich, warum? Und ich möchte euch heute zwei Arten von Bäumen zeigen. Zum einen dieser Baum. Das ist ein Bonsai-Baum. Und ich dachte immer, dass Bonsai eine Baumart ist. Doch mir wurde dann gesagt, dass man für einen Bonsai jede Art von Baum nutzen kann. Ob es eine Tanne ist, ob es eine Eiche ist, ob es eine Birke ist und die ganz vielen anderen Bäume, die es noch gibt. Mit Bonsai ist eigentlich die Kunst gemeint, jede Art von Baum in einer Miniatur wachsen zu lassen. Und was getan wird, ist, man lässt den Samen erstmal sprießen. Ein Baum wächst immer in zwei Richtungen. Einmal unsichtbar unter der Erde und einmal über der Erde. Irgendwann, wenn die Pflanze gewachsen ist, wird sie aus dem Topf rausgenommen und kommt in eine kleinere Schale. Und was dann geschieht, ist, dass an dem Baum die Wurzeln getrimmt werden. Und dann kommt es schön wieder in die Box. Und das geschieht so lange, bis man zufrieden mit der Größe des Baumes ist. Und der Baum wächst dann nicht mehr weiter. Der Bonsai-Baum ist wichtig für uns, weil der Bonsai wegen diesen Eingriffen nicht stirbt. Ich möchte euch jetzt noch einen anderen Baum zeigen. Das ist hier ein Mammutbaum und gehört zu den größten Baumarten der Welt. Der Unterschied zum Bonsai-Baum ist, er hat feste, große, tiefe Wurzeln. Ohne feste Wurzeln wächst ein Baum nicht und hat keinen Stand. Heute in unserer Bibelpassage steht, seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf ihn auf. Gott will, dass du und ich, dass wir alle im Glauben wachsen. Doch die Bibel nennt auch einen Feind. Und das ist genau das, was der Feind tut. Er wird alles daran setzen, dich an deinen Wurzeln zu stutzen, damit du für immer kleinwüchsig bleibst und niemals eine tiefe, eigene, persönliche Beziehung mit Gott aufbauen sollst. Vielleicht hast du ein Gefühl über Gott, denkst dir, ja, es gibt ihn. Und vielleicht möchte ich von dir auch sagen, ja, ich möchte vielleicht diesem Gott glauben. Und der Pastor wird dir dann wahrscheinlich dann auch sagen, du glaubst an Jesus Christus, okay, du hast es geschafft. Du kommst in den Himmel. Doch Gott gab dir und mir nicht ein Leben, damit wir unser Leben lang, wie ein Bonsai-Baum leben sollen. Das Geheimnis eines prächtigen Baumes liegt im Verborgenen, in den Wurzeln. Im Unsichtbaren. So möchte ich dich fragen, was machst du, wenn keiner zuschaut? Betest du, wenn keiner schaut? Liest du in seinem Wort? Woran denkst du das, was keiner sehen kann? Deine Wurzeln sind absolut wichtig. Und das Wichtigste dabei ist, in welche Richtung und wohin deine Wurzeln sich hinstrecken. Wo willst du verwurzelt sein? Unser Ziel sollte es sein, in Jesus Christus verwurzelt zu sein. Und somit möchte ich zum weiteren Punkt kommen. Paulus sagt, bleibt fest im Glauben und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Und was meint ihr? Was meint Paulus, wenn er hier von Glauben spricht? Ein Pastor und Theologe namens Timothy Keller sagt, entweder glaube an alles von Jesus Christus oder lass es ganz sein. Was meine ich damit? Wir kennen unsere Freunde, die sagen, ja, Jesus ist ein guter Lehrer gewesen, ein guter Mensch, hat sich für Schwächere eingesetzt. Finde ich gut, kann ich folgen. Gott ist lieb, ja, kann ich glauben. Aber was Paulus hier anspricht, ist weit mehr als einfach nur eine Anmutung. Er möchte einen tiefen, lebendigen Glauben in unserem Leben sehen. Und Paulus fragt dich und mich, hast du einen lebendigen Glauben? Hast du einen festbleibenden Glauben, von dem Paulus hier spricht, in Jesus Christus? Und lass mich einmal für euch herunterbrechen, was ich damit meine, mit einem festen Glauben. Ostern ist für uns der ranghöchste Fest. Und worum geht es in Ostern? Viele vermuten, es geht dann um einen Hasen, einen Osterhasen, der Eier versteckt, Schoko-Eier versteckt. Doch was ist der Beginn von unserem Christentum, von unserem Glauben? Die Geburt von Jesus Christus, Weihnachten? Nein. Der Tod am Kreuz, sehr wichtig. Karfreitag, aber nein. Warum feiern wir sonntags unseren Gottesdienst? Und wenn möglich, warum feiern alle Kirchen der Welt um elf Uhr morgens den Gottesdienst? Weil Jesus Christus an einem Sonntagmorgen auferstanden ist. Die Auferstehung von Jesus Christus ist, was Paulus hier meint, mit unserem festen Glauben. Und die Auferstehung von Jesus Christus ist oft so eine heikle Sache, sogar für viele Christen. Doch wenn wir unseren Kopf über dieses Geschehen nicht hinwegbekommen, haben wir ein ernstes Problem. Und ich glaube auch daran, dass das eines der Gründe ist, weshalb so viele Christen so eine Schwierigkeit und einen Struggle in ihrem Glauben haben. Die Auferstehung von Jesus Christus von Tod, sein Tod am Kreuz, ist, wo unser Glaube unseren Anfang haben soll. Und lasst mich euch helfen, es mehr zu verstehen. Wisst ihr, es ist klar belegt, dass der Grab von Jesus Christus leer ist. Der Körper, der Leichnam von Jesus Christus wurde nie gefunden. Und weil er nie gefunden wurde, gibt es zig Theorien, die versuchen, es irgendwie zu erklären. Eine Theorie sagt, ach Maria und die anderen Frauen, sind zu einem falschen Grab gegangen, das schon leer war. Andere sagen, ah, wilde Hunde sind gekommen und haben den Leichnam und die Knochen von Jesus Christus mitgenommen. Deswegen hat es keiner gefunden. Doch aus biblischer und aus historischer Sicht, Hintergrund und Kontext ist klar, was es sagt. Es war das höchste Interesse der Römer und der Juden, dass der Leichnam von Jesus Christus unantastbar sein sollte. Ein riesen Felsen wurde vorgesetzt. Römische Soldaten wurden extra aufgestellt. Doch dann gab es auch noch diese Frauen, die zum Grab von Jesus Christus gekommen sind. Im ersten Jahrhundert gab es einen Philosoph namens Zelsus, der genau aus diesem Grund meinte, die Frauen erste Zeugen, das Christentum kann man nicht ernst nehmen. Wenn Frauen die ersten Zeugen oder Gender-Correct-Zeuginnen waren, das war sein Hauptargument gegen den Christentum. Warum? Weil Frauen damals gar keine Rechte hatten und Frauen nicht mal vor Gericht aussagen konnten. Wenn deine Frau gesehen hat, der hat meine Kuh geklaut, der ist eingebrochen und vor Gericht gegangen ist, sagte der Richter, du bist eine Frau. Leider hat dein Wort hier nichts zu sagen. Doch warum sollten alle Evangelien sagen, dass es dennoch Frauen waren, zuallererst Jesus Christus, den auferstandenen Jesus Christus gesehen haben? Warum sollten sich die Jünger von Jesus Christus extra einen Riesenklotz vor die Füße werfen, wenn es eine einfache Einbildung oder eine Erfindung gewesen sein sollte? Es gibt auch die These, dass die Jünger von Jesus Christus so sehr Jesus vermissten, dass sie sich geeinigt haben, so, du vermisst Jesus, du vermisst Jesus, komm, wir tun so, dass Jesus wieder zurück da ist und tun so, als ob Jesus Christus wieder auferstanden ist. Doch in 1. Korinther, Kapitel 15, sagt Paulus, der auferstandene Jesus Christus zeigte sich den Jüngern und dann noch 500 weiteren anderen Leuten. Paulus schreibt diesen Brief als ein öffentliches Dokument. Jeder, der das gelesen hatte, konnte in die Städte gehen und die Namen, die Paulus hier nennt, selber erfragen und sagen, hast du Jesus gesehen? Ja oder nein? Und so möchte ich uns fragen, wenn die Leute damals, selbst die Leute fragen konnten und checken konnten, bist du dem auferstanden Jesus begegnet? Ist meine Frage an dich, wenn das alles erfunden sein sollte, wie konnte sich dann der Christentum dann so schnell bis heute so verbreiten? Und wir können auch lesen, dass kein einziger der Jünger von Jesus in den Evangelien schreibt, ich wusste es. Ich wusste, dass Jesus Christus aufersteht. Alle haben gezweifelt. Alle haben sich versteckt, nachdem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Keiner sagt, ich wusste, er wird wieder auferstehen. Ich als einziger wusste es. Ich bin nicht wie die Frauen mit Salböl und Gewürzen zum Grab gegangen, um seinen Körper einzubalzieren. Die Frauen haben einen toten Jesus erwartet. Ich aber nicht, sagt kein einziger der Jünger. Was lesen wir noch viel mehr? Dass jeder Einzige ohne Ausnahme nicht verstehen konnte, was geht hier vor sich? Doch eins, was für mich offensichtlich ist, kein einziger Mensch war unberührt, nachdem sie den auferstandenen Jesus Christus begegnet sind. Sondern ihr Leben war völlig verändert. Bei dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus und unserem Glauben geht es nicht um eine eingebildete Geschichte. Wir lesen, wie Gott Menschenleben berührt und vollkommen verändert hat. Auch heute. Und egal, was andere sagen oder wir lesen können, ob historisch, philosophisch, etc., etc., geht es heute um dich und um die Frage, worin möchtest du verwurzelt sein? Willst du in Gott wirklich verwurzelt sein? Dann möchte ich dich bitten, wenn schon, lass uns das richtig machen. Lass uns das nicht machen wie der Bonsai-Baum, wo unsere Wurzeln eingeschränkt sind und wir sagen, oh, das reicht. Sondern lass uns wirklich tief unsere Wurzeln in Christus hinausstrecken. Denn warum entscheiden sich Menschen für den Glauben an Jesus Christus? Weil die Menschen damals, als auch heute, sehen konnten, in Christus haben sie etwas erfahren, was sie zuvor noch nie gesehen hatten. Egal, welches Leid mich jetzt im Leben treffen sollte. Egal, was ich vorher im Leben falsch gemacht habe. Egal, wie die Situation jetzt auch in meinem Leben ist. Egal, wie miserabel und wie schlecht. Viele von den Menschen damals sogar mit ihren eigenen Augen haben es gesehen. Jesus Christus ging unschuldig ans Kreuz. Nahm aber all die Leiden, all die Schläge, all den Scham auf sich. Und die Menschen merkten, er tut es für mich. Sie sahen am Kreuz die größte Liebe, die sie jemals gesehen haben. Die größte Vergebung, Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die größte Gerechtigkeit, Herr, ich begebe mich jetzt in deine Arbe. Ich sterbe jetzt für sie, damit sie mit dir sein können. Sie sehen am Kreuz den größten Sieg über das Übel, denn sogar der Tod konnte ihn nicht halten. Und so macht Paulus klar, Jesus allein reicht aus. Jesus ist absolute Hoffnung für dein und mein Leben. Egal was kommt, auch wenn du den Tod vor Augen haben solltest, Gott wird mit dir sein. Jesus hat dafür gesorgt. Und deswegen sagt uns Paulus am Ende von Kolosser Kapitel 2, Vers 7, für das, was Gott uns geschenkt hat, können wir nicht genug danken. Und so möchte ich es zu unserem heutigen Anliegen machen, egal ob HCI oder Hambit, wir alle als Gottesgemeinde, lasst uns unsere Wurzeln nach Jesus Christus ausstrecken. Lasst unseren Glauben in Jesus Christus festigen und möge jeder Sonntag ein Zeit sein, wo wir unendliche Dankbarkeit Gott gegenüber wirklich ausdrücken wollen, den Gott uns geschenkt hat. Möge dieser Bibelferst wirklich der Fundament unserer Gottesdienste sein. Und so möchte ich uns auch noch mal einladen, dass wir als HCI, nachdem wir das verstanden haben, drei Sachen als Fokus gesetzt haben. Wir wollen als erstes unseren Fokus auf Verlorene setzen. Möge unser Gottesdienst Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, mögen sie verstehen, dass wir in Christus verwurzelt sind, dass wir im Glauben standhaft sein wollen, dass wir unendlich dankbar sind für das, was Gott uns geschenkt hat. Zweitens, was wir im HCI tun wollen ist, wir wollen den Fokus auf die nächste Generation setzen. Deswegen haben wir auch die Kinder vorne singen und einen Kindergottesdienst. Und drittens, unser Fokus soll auf die Multiplikation von Leitern sein. Dass unsere Gottesdienste, unsere Treffen nicht von wenigen Leuten, sondern so vielen Leuten wie möglich gestemmt und weitergetragen werden kann. Und zu dieser Hausaufgabe möchte ich um euer Gebet bitten. Hilft uns, betet bitte für uns. Und das wollen wir jetzt auch an dieser Stelle tun. Amen.